Der Motor Energy DCI 130 ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe verbunden. Beim Motor Energy DCI 160 wird ein 6-Gang-EDC-Getriebe verwendet und beim Benzinmotor Energy TCE 200 wird ein 7-Gang-EDC-Getriebe angeflanscht. Bei beiden EDC-Getrieben handelt es sich um Doppelkupplungsgetriebe der neuesten Generation. Beispielsweise wurden die herkömmlichen Baudenzüge durch eine elektrische Getriebesteuerung ersetzt. Dies schafft Platz im Innenraum, spart Gewicht und sorgt für ein optimales Schaltverhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017